So Freunde, wir ziehen uns mal wieder ein Video vom lieben SYNDC rein. Habe ich mega, mega Bock drauf. Diesmal ist es keine normale Folge, sag ich mal, wie sonst die Folgen halt, sondern Bewerbungsgespräch. Ja, wir haben ja ein Bewerbungsgespräch mit Haftbefehl. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er da rausgehauen hat hier. Und würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich laber gar nicht mehr so viel. Let's freaking do it. Babbo! I want you. Also der Pinguin ist natürlich wieder am Start. Hier auch der Vogel, bzw. der Schwan aus den ersten Folgen mit Jizzes. Sehr schönes Bild hier auch im Hintergrund hängen. Mit allen Charakteren, glaube ich, die bis jetzt dran gekommen sind. Der Schwan, Shirin David, Flair. Jetzt muss ich mal ein Stück näher rangehen, um alle zu erkennen. Okay, kann ich gerade nicht. Hier haben wir die PA Sports-Figur. Da den Pinguin, da die Manuelsen-Figur. Haftbefehl kommt rein. Setzt dich hier nicht, bin gespannt. Bitte. Da, wunderschönes. Das wunderschöne Bild mit Manuelsen und PA auf den Schultern. Geil, sehr, sehr nice. Setzen Sie sich, stellen Sie sich kurz vor. Servus, was geht ab, Leute? Alles klar, oder was? Ich bin der Baba, jeder weiß, hier wohin zöhne. Ich bin besoffen. Ich bin total stöhne. Warum haben sie sich für die Stelle beworben? Wenn ich Geld mache, damit ich mir Felgen kaufen kann für meinen BMW 5er. Der TÜV ist auch bald abgelaufen. Servus. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Trotzdem fahre ich einen 5er hier, wohin zöhne. Am Ende des... Alter, wie geil das aus der POV-Perspektive auch noch gemacht ist von dem Interviewer. Sehr nice. Tages geht es ums Geld. Entweder hauen die das Geld auf den Tisch oder ich bewege mich nicht. Warum sollten wir uns neben den anderen Bewerbern für sie entscheiden? Ich bin besser. 100%. Da kann ich meine Hand dafür uns freilegen und ich werde es auch noch beweisen. 100%. Fickt alle eure Mütter. Ich zeige euch, wer der Motherfucker ist und wie man es macht. Wenn ich mich in eine Sache reinhänge, dann mache ich das. Das ist richtig, Digga. Du Wayne-Zone. Welche relevanten Kenntnisse und Fähigkeiten haben sie in der Schule bereits erlangt? Auf jeden Fall deinen Lehrer nicht Hurensohn nennen. Ab der zweiten Klasse war ich schon. Ganz kleiner Bengel, Alter. Den Lehrer nicht Hurensohn nennen, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Schulzeit. Den Lehrer nicht Hurensohn nennen. Relevanten Kenntnisse und Fähigkeiten haben sie in der Schule bereits erlangt? Auf jeden Fall deinen Lehrer nicht Hurensohn nennen. Ab der zweiten Klasse war ich schon. Ein ganz kleiner Bengel, Alter. Ich habe mich oft geschlagen, in der Grundschule schon. Da habe ich nur noch straight Business gemacht. Was ist Ihr Traumjob? Narkotik-Traffic, Drogenschmuggel. Kiff-Gibitz à la Bob Marley. Ein kleiner Hurensohn. Was sind Ihre Stärken? Ich setze meine spirituellen Kräfte ein. Mit der spirituellen Welt. Energie nennt man sowas. Meditation und so einen Scheiß. Kennt ihr doch. Was haben Sie vorher gemacht und was haben Sie dabei verdient? Bruder, Zement, Bruder. Fabrikarbeiter, Bruder. Zement, Bruder. Das ist richtig nice. Die Idee ist auf jeden Fall geil. Die Idee ist wirklich geil. So über Wärmungsgespräche mit den verschiedenen Charakteren, beziehungsweise den verschiedenen Rappern wäre schon, glaube ich, eine wilde Idee. Bruder, Zement, Bruder. Fabrikarbeiter, Bruder. Ich habe Zementsäcke getragen für nix, für umme, aber ich würde es nicht nochmal machen, so. Warum haben Sie Ihren bisherigen Job aufgegeben? Ja, da gab es mehrere Gründe. Ich habe jemand in die Fresse geboxt, Dicke. Mit Fäusten ins Gesicht, Alter. Aber richtig. Ich habe alle abgefuckt. Richtig abgefuckt. Kein Bock auf gar nichts, ich wollte einfach nur ekelhaft sein und Drogen verkaufen und kriminell sein. So, du Hurensohn. Sprechen Sie Englisch? Bisschen. Pass mal auf jetzt. I want to work with you, we can speak in English too, I live in New York, Metropole, two years. Das Englisch ist sehr gut, sehr gut. The English of Mr. Huffbefehl is very nice and he's convincing me that he's, yeah, that he's the Babo. We can speak in English too, I live in New York, Metropole, two years, long ago. Der Hornsohn. Sind Sie teamfähig? Arbeiten Sie gerne mit anderen zusammen? Die Hurensohn sind mir alle scheißegal, so. Sind Sie vorbestraft? Doch ganz normal, Alter, was ist das für eine Frage? Weißt du, was ich meine? Was ist... Ganz normal, weißt du, was ich meine? Was ist Ihre Gehaltsvorstellung? 50.000 Euro. Im Monat bist du durch. Sauber auf die Hand. Trick. Das ist zu viel. Wir können Ihnen nur den Mindestlohn anbieten. Warum macht ihr das, Alter? Warum gönnt ihr nicht einfach mal? Oder er wollte wieder das, das wieder... Gönnt mir doch mal was. Soll ich Drogen verkaufen oder was? Ihr verdammten Wichser. Fickt euch, ihr Hurensohne. Wir legen noch eine Tüte Schnee obendrauf. Nee, lutscht mal ein Sipp hier. Nee, nee, Bruder. Lass mal. Haben Sie sich schon einmal ins Bein geschossen? Das ist so eine Frage, Alter. Frag mich das nicht. Die allernächste Frage. Du Hurensohn. Sag noch einmal Hurensohn und du fliegst raus, du Peach. Mir ist das scheißegal, Bruder. Du Hurensohn! Jetzt kommt der Schwan, Alter. Hupi Ali da, Hupi Ali da. Sina G wartet auch auf ein Gespräch. Manuelsohn auch. Und ja, der 31er wartet auch. Das war ein eiskalter Typ, Alter. Der hat mich kaputtgeschlagen. Der Wichser, weißt du, ich mein... Du bist gefickt, egal wer du bist und was du machst. Du bist gefickt, Alter. Egal wie. Ja, der Quertmann, du Hund. Wildes Format auf jeden Fall. Ich fand die normalen Folgen ein bisschen lustiger, aber auch die Idee jetzt mit dem Überwärmungsgespräch fand ich geil. War jetzt nichts, wo ich so ultra krass die ganze Zeit loslachen musste, aber war durchgehend lustig eigentlich. War eher was zum Schmunzeln. Aber war auf jeden Fall wieder sehr, sehr nice. Da steckt so viel Arbeit drin in diesen Videos. Ich habe einen riesen Respekt vor dem Arbeitsaufwand, den er hier betreibt. So, das ist übertrieben krass. Deswegen lasst Support da auf jeden Fall und pusht den Kanal weiter nach oben. Und ja, ihr wisst es wahrscheinlich, Support ist kein Mord. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angehenden, spannenden Tag, Freunde. Bis dann, macht es gut. Haut rein, bleibt vor allem gesund. Und ciao.